Bekanntestes Merkmal des Parasaurolophos? Die Stirnplatte. Der markante Kopf, der sich nach hinten verlängert. Aber auch die Beine und der Schwanz sind deutlich zu erkennen. Du musst dir also nur dein Papier schnappen und loslegen. Free your mind 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Free your mind 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020